Moin Moin und herzlich Willkommen zu Minecraft in 60 Sekunden. Heute bin ich auf dem Griefer Games Server, City Build Server, nämlich der größte in Deutschland. Wenn ihr einen City Build Server sucht, seid ihr hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Wir befinden uns hier im Hub und im Hub gibt es direkt die Auswahl der verschiedenen Spielmodi. Ihr habt zum Beispiel hier City Build in der Version 1.8, hier in der Version 1.16 und hier noch weitere. Wenn wir reinschauen, dann finden wir hier einen Skyblock Server. Aber gestrandet, sehr cooler Spielmodus, Hardcore für alle, die unter euch sind und dies etwas härter mögen. Dann haben wir City Build Zero, fragt lieber nicht danach, schaut es euch einfach an. Und den Kreativ Server, also ihr könnt wie im Single Player im Kreativ Modus spielen, könnt hier Sachen vorbauen, könnt euch Schermetikas ziehen und könnt mit der Schermetika auf den 1.8 City Build oder den 1.16 City Build gehen und dort spielen. Wenn ihr also mehr über Griefer Games, andere Minecraft Server oder einfach die Spielmodi wissen wollt, dann schaltet auch wieder im nächsten Minecraft Short ein und ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Rusch, ciao!